Seit der vergangenen Nacht liegt das vorläufige Endergebnis der Wiener Landtags- und Gemeinderatswahl vor. Alle Briefwahlstimmen sind nun ausgezählt. Schauen wir auf das Ergebnis. Auf die SPÖ entfallen 41,6 Prozent der Stimmen plus zwei Prozentpunkte. Die FPÖ hat 7,1 Prozent erreicht. Das ist ein Minus von 23,7 Prozentpunkten. Die Grünen kommen auf 14,8 Prozent plus drei Prozentpunkte. Die ÖVP erreicht 20,4 Prozent, ein Plus von 11,2 Prozentpunkten. Und die Neos erreichen 7,5 Prozent, das ist ein Plus von 1,3 Prozentpunkten. Das Team HC Strache kommt auf 3,3 Prozent und damit nicht in den Gemeinderat. Damit ergibt sich diese Mandatsverteilungen Wien, SPÖ 46 Mandate, FPÖ 8, Grüne 16, ÖVP 22 und Neos 8 Mandate. Auch nachdem nun das vorläufige Endergebnis bekannt ist, lässt sich Bürgermeister Michael Ludwig noch keine Koalitionsvorlieben entlocken. Inhaltliche Überschneidungen gebe es mit ÖVP, Neos und den Grünen. Das wird jetzt die Aufgabe der Sondierungsgespräche sein, auszuloten, wo es die meisten Überschneidungen gibt, beziehungsweise Punkte gibt, die vielleicht nicht überwindbar sind. Bei Sondierungsgesprächen nächste Woche werde sich zeigen, mit welcher Partei die Verhandlungen vertieft werden. Aufhorchen lässt heute Altbürgermeister Michael Häupl, der sich mit Ratschlägen aus der Politpension ja eigentlich zurückhalten wollte. Im ORF-Radio spricht er sich gegen eine Koalition mit der ÖVP aus. Wenn ich da eine neoliberale türkise Truppe habe, die noch dazu in einem hohen Ausmaß von einem Sozialistenfresser geleitet wird. Auch eine Koalition mit den Neos sieht Häupl skeptisch. Mit deren neoliberaler Wirtschaftspolitik sieht er, nicht wirklich politische Schnittmengen. Das würde zweifellos eine heftige Diskussion nach sich ziehen. Das Kapitel mit dem Grünen ist aus Häupls Sicht dagegen überhaupt noch nicht erledigt.